Die Truppen der Ratte greifen an. Katapulte, die da kommen. Meine Fresse, ne. Vor sowas soll ich Angst haben, oder was? Sag ich doch. Aber ich habe das Schlimme in Erinnerung. Haben wir hier noch Bäume? Ja, wir haben da noch Bäume. Alter, wie gut, wir haben sehr getroffen. Danke. Das wird auch ein Meerstein sein. Ich brauche mal wieder alles hier. Das wäre mir viel, viel lieber. Zehn reichen eigentlich. Und hier reichen mittlerweile mir sechs. Die Truppen des Wolfs greifen an. Also Wolf den Sieg am gefährlichsten, wie gesagt, an. Weil der greift wirklich mit Trieböcken irgendwann an. Spätestens da hört dann der Spaß aber auf. Oh Gott. Ho cervical. Qué? Das war's. Oh Jasper. Das war's. Ich noch meine Schub macht das vor. check sind wir kann es bereit cheieren. Das war's. Wow. Das war'simir. Das war's. Cool, oder? Die Kamera war jetzt auch gut hier. Zack, runter. Na, das schaffen die da, die Soldaten. So, wir können schon mal anfangen, sich zu erstellen. Weil für die Ratten brauche ich da nicht viel. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Für die Ratten werde ich da nicht viel davon verbrauchen. Das ist eine Waffenproduktion hier. 6, 4, 9, 5 hat der Wolf. Gucken wir mal ganz kurz. Das wird denn der diesmal aufgebaut. Okay. Das nennt ihr eine Burg. Ihr habt wirklich gar keine Ahnung. Mal guck dir mal deine Burg an. Da war das der Grüne. Nee, der Gelbe. Nee, der Blaue war es. Das ist doch nichts. Da rennt er, oh, der ist zweimal gesichert. Aber bei dem rennt er rein und bist drin. Das ist ja noch meine Burg besser gesichert. Oh, die Nahrung noch mal ein bisschen vorantreiben. Die Leute sagen, dass ich verwittert bin. Tja, das wäre ein paar. Sehr schön für dich. Ihr kommt immer mehr zum Angriff. Das ist... Ratt interessiert mich nicht. Waffen schultern. Dieses Bauwerk ist unzugänglich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was geht denn der? Der geht auf meinen Turm. Ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle an. Geschissen. Habe jetzt nicht ohne Grund auch meine, äh... Schkein-Vorräte wieder erhöhen lassen. Templer-Ritter müssen mal kurz, äh... Mithelfen. Ja, jetzt war ich jetzt mal wieder Schkeine. Deswegen habe ich eine zweite Welle gebaut. Genau wegen dem Wolf. Was bekümmert euch, Sire? Eine Nachricht der Ratte. Ah, dafür werdet ihr bezahlen. Sehr teuer bezahlen. Die Truppen des Wolfs greifen an. So, die Burgwelle will ich eigentlich wieder reparieren. Aber die greifen und greifen und greifen immer wieder. Muss denn mal in die Treppe? So, die Treppe mal hier hinten hin. Was ist denn der Blaue? Richard der Sechste, okay. Eine Nachricht der Ratte. Schaut mir zu, Bauer. Schaut zu, wie ein richtiger Soldat es macht. Zu nah am Feind, um repariert werden zu können. Wollt ihr die mal bitte beseitigen? Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Aber es ist auch 150 jetzt. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Geht es in die Schlacht? Was würde ich bei Weitern noch Holz kaufen? Das nennt ihr eine Burg. Ihr habt wirklich gar keine Ahnung. Oh. Oh, weitere Bäckereien. Ich habe 23 Mehlsäcke und so weiter. Ach du Kacke, ne. So. Halbe Stunde brauche ich und schon geht meine Wirtschaft hier oben. Nehmt die Armbrüste hoch! Bunde! Noch kriegen die da oben Holz, okay. Hier seid der zweitgrößte Lord! Wir werden angegriffen. Zu nah am Feind, um repariert werden zu können. So, alles wieder repariert. Auf die Plätze! Bermannt die Brüstung! Geht es in die Schlacht? Glaub ich jetzt 13. Okay. Die Tropfen, warte der mal so ein bisschen. Bis es dann verkauft wird. Das hat echt seine Vorteile, was geht hier rum. Ah ja, seht ihr jetzt den Gini-Hausfaller hier nämlich raus? Ah ja, seht ihr jetzt den Gini-Hausfaller hier nämlich raus? Ihr habt nicht gelesen Gold, um diese Einheit auszubilden. Mein nobler Herr! Früher gab es auch noch für gefallene Burkern Gold. Das gibt es jetzt hier auch nicht mehr. Als wenn ich es so ein bisschen schade finde. Nummer zwei Bäckereien. Das sollte noch funktionieren hier. Das nennt ihr eine Burg! Ihr habt wirklich gar keine Ahnung. Du bist nicht besser. Hiss das königliche Wander! Verkündet unseren Vorstoß! Richards Truppen greifen an. Die Truppen des Wolfs greifen an. Was greifen Sie wieder alle an, oder was? Ich sollte trotzdem reichen. Ich bin schon der zweitgrößte Lord, okay? Ihr seid mein Gebieter, Herr. Folge eurem Banner. Verbreitet Chaos! Alles weg hier! So, wenn sie mich wieder nerven, ewig zurück. Was will ich sehen? Komm, wenn ich nicht trauen, sehe ich echt meine Templar-Ritter an, ist so geil. Die Retail ist reไ mitch ist respondents. Auch wenn er in Banner hágen hat. Der greift ein, ich komme mit denen. die sollen den angreifen. So. Der Wolf greift eigentlich ich greife auch an. So. So einfach geht das. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einleitung auszubilden. Wieder mal muss ich was reparieren. Alter, ich will das hier vorne reparieren. Danke. Mein Gott, Kindergartensoldaten sind das, was er da hat. Ohne Rüstung, ohne alles. Wir sind zwar sportbillig, aber die halten nichts. Oh, das sieht er doch gerade. Die Truppen der Ratte greifen an. Sagt nur, was ich tun wollte. Der Weg ist zersperrt. Unser beider Schicksal ist eines. Ich folge eurem Banner. Für die Krone! Ich töte jeden, der sich nährt. Eine Nachricht der Ratte. Ich will euch von meiner Furcht nicht mehr sehen. Können ihr elender Bauer? Du kannst nichts dagegen... Äh, das ist doch... Wir kriegen einen Schlag ab und tot. So, jetzt greifen wir dann den Burkern an und dann ist die erste Ratte erledigt. Der Weg ist zersperrt. Lasst Gerechtigkeit walten. Werdet sie los. Für die Krone! Folge eurem Banner. Wir sollen einfach nur hochgehen. Halten wir hier die Stellung. Danke.